Hi, was geht? Ich bin der Letzte, ich bin 13 Jahre alt und ja, ich mach viele Fußballchallenges und stell dir Fragen, was du als Mann soll wagen würdest, irgendwas zu sagen. Ich stell dir einfach die Fragen und ich mach das Fußballchallenge in der Halbzeit. Ich stell dir einfach die Fragen und ich weiß nur, ob ich klar verzeichen muss, ob ich irgendwas machen soll. Wenn ihr riesige 5 Reisschatten machen, wir die ersten Fußballchallenge. Ciao!